ich darf jetzt für meine wohnung 236 euro bezahlen gut freut mich ich habe den account vom drachenlord übernommen ich bin jetzt der neue drachenlord kevin bolter aka der lachlord macht er auch schon macht ihr aus meiner leitung raus hallo direkt aufgelegt das coole ist ich gehe mal kurz dran weil es so eine dumme man möchte jetzt man möchte jetzt keine ausdrücke sagen dazu ruft wieder an hallo 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 ja hallo 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 habt ihr das gerade gehört ja wie hast du mich genannt wie hast du mich genannt er macht mich gerade überaggressiv ich führe der macht mich überaggressiv ich schwöre es hier ich höre es dir ich höre es dir macht mich über zu aggressiv ja jetzt richtig jetzt bin ich so aggressiv gerade ich bin so aggressiv ich bin so aggressiv ich bin so aggressiv es tut mir leid ich bin so aggressiv leute ich bin so aggressiv Rock jeśli kann's anonym deutsch zu machen ich bin so aggressiv leute ich bin so aggressiv gerade ich bin so aktiv muss mich klar soll zusammenreißen okay dann wir er macht mir gerade so aggressiv leute er macht mich gerade so aggressiv er macht mich gerade so aggressiv tut mir leid aber ohne die social machen mich überaggressiv ich habe nichts getan ich habe nichts getan hallo direkt aufgelegt das macht mich ziemlich stinkig freut mich dreifacher doppelnussbecher ok danke dir na dann viel glück ich glaube es war aber kein hater ich glaube es war eher ein fan ich bin dein vater freut mich mit vereinten kräften können wir diesen konflikt beenden jetzt mal hingehen hallo hallo direkt aufgelegt